Hallo und willkommen zurück zu unserem wohlverdienten Urlaub auf Butcher Bay mit Riddick und meiner selbst. Ich begrüße euch. Ja, wie ihr vielleicht noch wisst, wir wurden hier im ersten Part von Jones an Hoxie ausgeliefert, dem Gefängnisdirektor hier, damit er seine Schulden begleichen kann. Ja, wir haben daraufhin hier unser neues, wunderschönes, luxuriöses Quartier bezogen. Wir wurden entlaust. Ich meine, man kann ja nie wissen, was man sich hier alles holen könnte. Wobei, wenn ich mich hier so umsehe, dann, ja, mir würde eine ganze Liste anfallen, was wir uns hier holen können. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir haben keine Waffen. Wir haben keinen Plan, wie wir hier rauskommen. Deshalb sollen wir einen gewissen Barber treffen, der uns wohl helfen kann, hier rauszukommen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Von daher genug gelabert. Weiter geht's mit Riddick und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, komm, sprich mit mir für einen Moment, will du? Ah ja, da ist er ja schon. Praktisch. Ja, dann sprechen wir mal mit dir. Du bist Riddick, oder? Aber es ist ein Mann namens Maxson, der spricht, wie er dich kennt. Er ist in der Stadion, nur bei der Pid. Ja, ich hatte mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr Hilfe erwartet, aber okay. Wir wurden weiter verwiesen an einen gewissen Metzen, der offenbar über uns ladert und hier sonst was verbreitet. Okay, da hat jemand seinen Spaß. Okay, dann sollen wir uns eben zum Innenhof begeben. Jimbo, kann ich mit dir auch sprechen? Mein Geist. Du bist wie alle anderen Fische. Liede hinter dem Rast. Rast, Rast. Okay, das ist wohl hier sowas wie ein Anführer. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist ein simples Fakt. Ein Fakt, das du kennst. Dinge wie Gravite und Handjobs. Nummer 2 ist so einfach wie du bist. Ich bin nicht einfach. Aber dann muss deine Idee sein, dass du brillant bist. Aber es ist schade! Und warum? Wenn ich die Räsen, Nummer 2 höre, die Räsen die Räsen gehörst, die Räsen gehörst, die Räsen sind DNA-encode. Was sollst du sagen? Well, du wissen was DNA ist, oder? Die Räsen schade deine Räsen. Die Räsen werden nicht ein einziges DEM-CAP ohne dass du in der Zentralen Datenbäse bist. Und du bist. Aber was ist, ich könnte in diese Datenbäse sein? Das ist ein Fakt. Du hörst mich? Fakt. Du kannst nicht die Räsen benutzen. Period. Aber was ist, ich könnte in diese Datenbäse sein? Was bedeutet, in diese Datenbäse sein? Du kannst nicht! Ich habe gesehen, die Datenbäse über dieses Ort. Die Datenbäse computer ist nicht so weit entfernt. Wer die HELL sagt das? Ich verletze. Ich bin einfach. Remember? Oh, great! Du bist lieb, Gerrisch. Du bist ein fucking Liar! Du willst nicht darüber sprechen? Okay. Ja, tut mir leid, dass ich hier jetzt einfach nur noch rumstanden und zugehört habe. Denn ich hoffe, dass ich vielleicht dadurch die ein oder andere Info erhalten könnte. Hier in Sachen Ausbruch. Und ja, die Gewehre sind DNA gesichert. Und es gibt aber offenbar eine Zentralbank. Und wenn wir darin vermerkt sind, dann könnten wir auch diese Gewehre benutzen. Weißt du vielleicht, wie die ist? Ja, würde ich gerne nehmen. Wie heißt das denn? Waman? 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 Ich zeige mir doch trotzdem. Sehe, den Moment, wenn Molina sich verschlechtert hat, will ich ihn tot sehen. Tot und tot. Das ist, was ich gerne mache. Du kommst zurück zu mir, wenn er tot ist. Und ihn ausschalten, um Wayman zu helfen. Ja, okay. Wir wollen uns ja auch mal einen Namen machen hier, ne? Ah, und die Stimme von Riddick. Ach, herrlich. Okay, aber wir sollen uns ja auch zum Innenhof begeben, wo auch immer das sein möge. Ich hätte ja auch ganz gerne eine Karte von diesem Bau. Du wirst ja auch ganz gerne eine Karte von diesem Bau. Ja, da gibt es immer die Karte. Aber, um zu sagen, Herr, du bist hier, weil du nicht deinem Bau in der ersten Stelle bezahlen hast. Du hast das richtig. Und es ist alles zu uns. Hey, was ist das Fuss über Crazy Flyer? Er geht weiter und weiter über Busten, und sagt, dass er tatsächlich ein Weg gefunden hat. Ah, das Crazy Bastard wird wahrscheinlich nur sich verletzt und uns alle einen Monat von Runner-Lockdown. Well, somebody should stop him. For our own good. Unless Crazy Flyer is not so crazy. What? You think he's really got something going? A real plan? Hmm. It's worth sniffing around for details. Yeah, well, that's where the devil lives. In the details. Crazy Flyer, ne? Okay, das werde ich mir mal merken, hoffentlich. You're gonna get in trouble with the Aquila majors, I'll tell you. Look, go on, talk to Hayley. He's the wise man. Well, actually, he used to be a guard, but he turned over to the good side. Hehehe. You should see Hayley. He can help you out. Yeah, okay, okay, okay. Oh, das sieht nach innen hoch aus. Charlie Green, wer bist du dann? Hey, buddy. Welcher Vogel? Bring it like a hand. Oh, yeah, look. Geht's dir gut? Bring it like a hand. That looks perfect. Ja, ich nehme das mal als Ja. Oh, Hayley. Red. Madsen, da ist er. Wir werden das der Reihe nachher abarbeiten. Das war die erste Aufgabe, die wir bekommen haben. Talking about me? Never wise. Oh, yeah. No, 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 I mean, I heard you were coming. You're going to want a ship and I can get you one. Check my bank and you'll find one. It's yours. Du willst uns einfach so ein Messer geben, ne? Warum habe ich irgendwie so meine Zweifel? Vor allem, äh, wo genau ist deine Zelle? Ach, hier können wir noch gar nicht rein. Dann können wir eigentlich nur wieder zurück. Beziehungsweise wir könnten hier auch erstmal mit Red und Hayley sprechen. Wir sprechen mal mit Hayley. Ich wusste, du kommst irgendwann. Hör, Riddick. Rust zieht alle Stringen in diesem Block. Persönlich, ich bin mir nicht mehr dafür. Er ist ein Zettel an meinem Seite. Du willst meine Hilfe, Riddick? Geh den Zettel. Geh Rust. Schon wieder eine Aufgabe. Jetzt werden wir aber hier richtig zugemüllt damit. Also wir sollen Rust erlegen. Okay. Aber was gibst du uns dafür? Kann ich mit dir auch sprechen. Ah, neue Fisch in der Tank. Wie ist es hier, Riddick? Ich weiß nicht. Nämlich Red. Sag mir, Riddick. Wie fühlt es sich, wenn du den ersten Mal hast? Das ist zwischen mir und ihm. In Butcher Bay. Some men killen for nothing but pleasure. You know, there are worse reasons. Some, like Rust. I'd be happy to see God. Okay, also die zwei wollen, dass ich Rust erledige. Diesen Anführer, nehme ich mal an. Irgendeiner Gang. Blue Skins. Wie hießen die anderen? Anquillo? Kurzer Gedächtnis, FDW. Der Pid, sieht wie ein Weg raus. Darunter. Yeah, right. Zumal nicht offen und so. Ja, wie gesagt, wir werden uns jetzt mal der Aufgabe von... I ain't gonna make it. I need to score some shit, man. Metzen widmen. Hey, 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 hey. Easy, man. Easy, 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 easy. You know, Rust won't let anything dream. You just have to tie yourself in. Sit back and just wait for the big, nice tide to just come and get you through. Easy for you to say. But all I gotta say is it better be a fucking monster tide when it does come in. Ha, 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 ha. Hey, yeah, yeah, yeah. I'm sure it's gonna be good. Na ja, die wollen wohl ein paar Muntermacher. Brauchen wir nicht. Ja, und wie gesagt, tut mir leid, wenn ich hier die Dialoge auch mir anhöre, aber ich will das einfach hören. Wir müssen uns ja hier erstmal ein bisschen zurechtfinden in unserem neuen Zuhause. Äh, wo ist jetzt die Zelle von... Ist das unsere Zelle? Hö, hö. Hö. Hö! Ach du. Au. Au! Was zum... Ja, ne? Äh, au. Au! Das tut... Weh, verdammt nochmal. Ja, wenigstens hält der sich zurück. Ne, Gentleman und so. Glaubst du nicht, dass das im echten Leben ausserablaufen... Au! Würde. Ja, und die Schraubzwinge werden wir jetzt tatsächlich mal anziehen. Was ist ein Arsch, ey. Ich meine, ich dachte mir schon fast, ne, hier von wegen, du brauchst ein Messer hier, nimm meins. Ja, ne, ist klar. Okay, also das ganze war ein Hinterhalt. Zurück zu... Metzen. Ich weiß, dass es keine Chance gibt, aus diesem Schraub. Ja, schau da. Well, es ist immer eine Tätigkeit. Aber, um dir die Wahrheit, Jack, du bist hier, weil du nicht deinen verdammten Lawman in dem ersten Platz bezahlt hast. Das haben wir schon gehört. Gut. Metzen, ich muss mit dir reden. Es gab doch wohl ein Missverständnis. Hey, lass mich erklären. Es war Rust. Es forced mich zu. Aber ich wusste, dass die Goons nicht für dich waren. Ich werde dir ein Schiff, um zu setzen Dinge zu machen. Du hast meine Worte. Cross mich wieder, und ich werde dir dein Leben. Talk. Ich weiß nichts. Nichts mit der Ailey. Er hat hier seit Jahren. Er war ein Guard. Ich werde das Schiff aufstellen. Ich werde das Schiff auf dir selbst. Ja, Metzen, ich nehme dich jetzt beim Wort und wehe, ich kriege jetzt nicht mehr ein Messer. Dann, Kollege, bist du wirklich fällig? Ach, das war ja die Zelle von Metzen, ja, okay. Okay, da waren die zwei Typen drin. Aber Jimbo und hier müsste er meine Zelle sein, ne? Ich habe das Schiff, du willst, Riddick. Was in the F you think you're doing, Metzen? You dealing without my approval? You're in my cell. You need a blade. You come to me. I said, you're in my cell. What wrong? All these cells belong to the Achelans, including this one. Now, you ain't paid me for that shank, so it ain't yours. Come take it. You got a hearing problem. I said, everything I see belongs to me. See this? It belongs to me. Release him, Riddick. He crushed his mind. And I will personally bring hell down on you if you don't let him go. I thought you were the big dog, Russ. Maybe he's more your size. Yes, sir, Mr. Abbott. You are messing with the natural order of things, Riddick. And when that happens, well, as you can see, people can get hurt. Or worse. Indeed. And we don't want that. Speak for yourself. We have a problem. Disturbance in cell block nine. Send in the squad. Send in the squad. This better not be one of your Achelan boys. Abbott here. Responding in cell block nine. Rust and the killer mage have pretended to run the show. But everyone knew they fed on crumbs. Crumbs that fell from Abbott's table. Ja, alles klar. So viel zu unserem ersten Messer. Beziehungsweise, es war eigentlich ja nicht wirklich ein Messer, wie ich sage. Es war hier so eine Art Schraubenzieher. Ja, das hat sich erledigt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ja, wie gesagt, ich weiß, es ist jetzt nicht viel passiert. Aber ich muss ja erstmal hier ein bisschen mich umhören. Vielleicht auch ein paar Freunde machen. Wobei, ja, Riddick braucht keine Freunde. Hier, der macht alles auf eigene Faust. Aber man will ja keinen Gefängnis-Tratsch verpassen hier. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es hier auch bald mal, ja, sozusagen zur Sache geht. Ich will es hoffen. Ich spiele hier nicht den Gefängnis-Simulator. Ich spiele hier Riddick. Ja, aber wie gesagt, erstmal einen Cut hier. Da wartet wohl schon wieder auch jemand. Ich glaube, das ist Barber. Und ja, wir werden uns beim nächsten Mal sehen, was er von uns will. Dann werden wir auch mal gucken, ob es Metzen noch halbwegs gut geht. Das sieht nicht wirklich schmerzfrei aus. Aber das soll uns nicht stören. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an diesem Part. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Let's Play Riddick Escape from Butcher Bay. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.